Herzlich willkommen zum Auftakt in unsere neue Saison und sie wird größer, sie wird schneller, sie wird enger, sie wird besser, das ist alles, was wir, glaube ich, bisher gesehen haben. Die Ampeln sind scharf geschaltet, das Retten Nummer 1, Lausitz Ring ist freigegeben. Berührung liegt, Berührung reicht, nochmal eine Berührung, was ist denn da los? Dreiweide, die Mercedes-Aren erreicht, boah, das ist so bitter. Boah, kommt der da gut außenrum durch. Meine Güte, außenrum kann das wirklich machen. Wahnsinnsmanöver, das er da abgefeiert hat. Und vorne, Nestor Garcia, verliert fast schon die Position an Kevin Sigi, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Kevin Sigi drückt sich innen durch, Löner vor, Garcia, Garcia schneidet und Garcia bleibt vorne. Dreiweide ist auf jeden Fall offen, Gergo Baldi, außenrum, sind sie denn wahnsinnig? Und seine, was ist das denn, außenrum in der Sechskurve, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der neue und amtierende Champion, der ADAC GT Master Z-Sports Championship, heißt Moritz Löner. Wie bist du? So? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020